Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio, genauer gesagt Crastorio, wo wir letztes Mal hier drüben zwei Spalten für Immersit angeschlossen haben. Das Ganze hier auch in einen Zug verfrachtet, der ist in etwa halb voll und bis wir wahrscheinlich hier mit dem Setup für die Verarbeitung durch sind, könnte der Zug auch hier angekommen sein. Was wir hier vielleicht noch anschauen wollen, bevor wir loslegen, ist, wir werden sicher Immersit-Kristalle brauchen, aber brauchen wir auch das Pulver. Wir brauchen das Pulver für die Kristalle, für Platten, wir können verbesserte Filter machen. Okay, es gibt einige Anwendungszwecke für das Pulver, also heißt das, wir werden das Pulver und die Kristalle mit auf den Bus legen. Wenn wir uns hier mal anschauen, wie die Verhältnisse denn so sind, sehen wir, wir brauchen sehr viel Chemiefabriken, Wir brauchen einige Zerkleinor, um aus Rohrm-Immersit-Pulver zu machen, plus Sand. Ah, Sand ist ein Output-Material, nicht ein Input-Material. Okay, also wir bekommen hier zusätzlich Sand raus, den wir irgendwie verwerten müssen. Also, habe ich hier, ja, ich habe ein paar, sag ich mal, in der Tasche und wir haben gesehen, wir brauchen zwölf Stück. Okay, äh, hier, ein Setup für zwölf Stück, dann kopieren wir uns das doch gleich mal. Und, wir können das eigentlich... ...und, wir können das so verbinden, sehen wir hier ein Netz. ...eine Urske ist jetzt... ...und, du 3 세ht, komm, die Tests curent... ...und, du 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, and 1. Wir wollen das nicht rausnehmen, aber ich f tengo von euch zap build-Mobil dabei, diese Tests ist … ...soll aber werden dannodu-Canada einfach guckle, oder sobaldafar-Delia werchen dann hier richtig 행st... Dann brauchen wir hier vielleicht noch den Stromauschluss. Und ja. Und ja. Input rein. Vielleicht müssen wir da noch einen Balancer anschließen. Aber zumindest für das erste sollte es das tun. Dann ja. Dann müssen wir Sand rausfiltern. Sand, Sand, Sand. Und. Ja. Auf den Hausten. Selbe. Ja. 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 Das ist so offen. Das war's. Dann haben wir hier Sound. Dann können wir mal die Art und Einwand zusammenfassen. Hier, Rotor. Dann haben wir hier. Hier, Immerset-Pulver. Gut, können wir mit Immerset-Pulver, mit Sand was Vernünftiges machen. Glas produzieren wir bereits, Landaufschüttung, brauchen wir Wasser dazu, Quarz produzieren wir bereits. Das produzieren wir nicht wirklich. Wahrscheinlich würde es hier Sinn machen, das in unsere Chlorverarbeitung zurückfließen zu lassen. So dass wir primär den Sand hiervon nutzen und erst sekundär den Sand, den wir aus dem Stein ausbrechen. Alles klar. Ähm. Ja. Wir haben unseren Weg. Gut. Hier. Hier. Das könnte unser Ausgang sein. Shoot! Nicht ganz gesund. Hoor! Gut. Auch unseren Kanalwegen? Sehr gut. Das war der einfache Teil. Aber für die Kristalle brauchen wir Schwefelsäure, die haben wir, und Salpetersäure haben wir nicht. Dafür brauchen wir Armoniak. Hier bekommen wir Stickstoff und Wasserstoff. Das werden wir so machen, dass wir den Armoniak da drüben produzieren. Dann haben wir unsere ganze Chemise. Dann haben wir den Salpetersäure. Aber dann die Salpetersäure, das machen wir hier, denn hierfür brauchen wir das mineralisierte Wasser, das wir hier haben. Und Schwefelsäure, was wir auch da unten haben. Und ich lege mal hier erst das Körlerband zurück für den Sand. Mit ein paar Kondensatoren können wir die Grundprodukte Stickstoff und Wasserstoff direkt aus der Luft holen. Und alles, was wir jetzt noch brauchen, ist ein bisschen Chemie. Und wenn ich mich richtig erinnere, brauchen wir hierfür nur zwei Chemiefabriken und dann hinterher zwei Chemiefabriken für die Salpetersäure. Hier machen wir das. Das war der falsche Knopf. Versuchen wir das nochmals. So. Ähm. Aber. Wir machen das nochmal. Dann können wir schön die Verbindungen machen. So. 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 Und dann auch hier unten noch einen tanken. Und dann heiß wieder. Rohre legen. Wir machen das gleich hier neben den anderen Leitungen, die wir schon haben. Und dann wird es ein Malchen dauern, bis ich das ganz nach drüben gelegt habe. Und wir den letzten Schritt angehen können. Salpetersäure. Und dann die Verarbeitung für die Kristalle. Für die Salpetersäure sollten wir nun alles am Start haben. Wir haben hier Ammoniak. Wir haben hier die seltenen Metalle. Wir haben hier Schwefelsäure. Okay. Das heißt alles, was wir jetzt noch brauchen. Ja. Die brauche ich hier nicht. Ähm. Chemiefabriken. Okay. Okay. Machen wir das so. Dann geht sich das. Äh. Salpetersäure. Das. Wollen wir. Ähm. Machen wir das vielleicht so. Und. Hier verbinden wir das. Und. Dann. Das Ganze hier rüber. Und. So. Dann. Und. Einmal Strom. Und. Einmal Strom. Und. Die Schwefelsäure. Die brauchen wir hier. Für den. Für den. Letzten Schritt. Und. Genau. Das heisst, die müssen wir dann auch da rüber legen. Und das geht sich hier perfekt aus. Ja, dazwischen. Machen wir das so. Und hier für die letzte Schufe, das machen wir nochmals in Chemiefabriken. Sand, Sand ist auf dem Band. Und wir brauchen hier, wie machen wir das Setup für die Kristalle. Wir haben zwei Eingänge. Wir haben zwei Ausgänge. Und so. 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 Und auf dieser Seite. Okay. Oh. Hier. Hier. Ah. Unser erster Zug ist dann gekommen. Und dann hier. Da bringen wir das so. Wenn wir hier. Einen Stromass platzieren. Ja. Und dann bekommen wir das so raus, wie wir das wollen. Gut. Und dann leg ich mal das hier unten. Und das so. Und dann können wir das Setup nehmen. Und so nach hinten platzieren. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nein, zehn, elf, zwölf. Zwölf. Vierundzwanzig. 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 Wir bräuchten. Etwas mehr. Ja. Für den Output hier brauchen wir 60. Ich frage mich, wenn wir das so machen. Das Ganze. Ja. Nach unten kopieren. Dann haben wir 48. Dann haben wir 48. Gut daran, hier auch ein paar Filter zu platzieren. In die Chemiefabriken. Die werden einiges an Luftverschmutzung produzieren. Und da können wir noch binden. Und da können wir den fern. Et voilà. Dann machen wir doch rasch das Grid rein. Wir brauchen hier was. Wir brauchen hier was. Und wir brauchen hier was. Ich lasse hier genügend Abstand. Damit ich hier noch Beacons platzieren kann. Man weiß ja nie. Dann brauchen wir auch Strom. Und dann muss ich das ganze nur noch rüber und runter auf unseren Bus führen. Hier werden wir ein rotes Untergrundband brauchen. Damit das mit der Länge funktioniert. Und wo gehen wir da runter? Wir müssen hier ran. Hier mal ein guter Platz. Auch wenn uns da manchmal Rohre im Weg sind. Das bekommen wir hin. Der Weg nach unten ist gelegt. Das heißt alles was uns hier jetzt noch fehlt. Hier ist der Weg bis zum Ende vom Bus. Und dann natürlich die Kiste wo wir das ganze einlagern. kopieren wir einfach das. Und da ist der Rest. Gut. Das Grid brauchen wir nicht mehr. Und damit hätten wir auch die Kristallproduktion. Die Immersied Kristallproduktion abgeschlossen. Und wir können schauen was wir denn nächstes Mal machen. Wieso ist Sand hier voll? Weil kein Verbrauch. Vielleicht müssen wir da ein Lager dazwischen machen. Denn wir wollen ja nicht dass das hier stockt. Nur weil wir zu wenig Sand verbrauchen. Aber das war's für heute. Ich hoffe es hat euch gefreut. Wenn ja dann hinterlasst doch einen Daumen hoch. Und vergesst nicht zu subscriben. Damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Also bis dann und tschüss. Wir müssen jetzt noch kurz nach. Lasst. Ich bin ganz klar.